Hallo ihr Lieben, es ist der weite Mili. Hello Dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Wir zeichnen heute den goldenen Schnatz. Ich hoffe und denke, dass ihn alle kennen, denn wir feiern zusammen mit dem Carlsen Verlag und Harry Potter 20 Jahre Harry Potter und ich habe das so als Anlass genommen, etwas für Harry Potter zu machen, zu zeichnen und ich wollte, gerade weil wir jetzt den goldenen Herbst haben, wollte ich unbedingt irgendwas Goldenes machen. Ich habe natürlich an ein Herbstblatt gedacht, aber es war mir wichtig, einfach ein schönes Goldstück zu machen, weil ich mit euch Gold, soweit ich weiß, nicht gemacht habe und es gibt ein paar Dinge, die man beachten soll, wenn man Gold zeichnet. Habt ihr gesehen, ich habe eine Schablone verwendet. Der goldene Schnatz selbst ist 4 cm groß. Meine Schablone reicht leider nur bis 3,5 cm. Aber im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, dass so ein goldener Schnatz ziemlich ungefähr diese Größe hat, die wir jetzt gerade haben. Und seine Flügel, weiß ich jetzt nicht genau, wie lang die sind, aber da sie sich so wunderschön wählen, also beim Fliegen flattern die so hin und her und wählen sich, von daher dachte ich, mache ich das jetzt einfach mal nach Gefühl. Damit wir das auch hier so schön einreihen können, möchte ich auch die Vorzeichnung auch recht hübsch machen für euch, damit ihr das gut nachmachen könnt. Quidditch. Hat das schon jemand von euch gespielt? Es gibt ja mittlerweile alles Mögliche. Also Quidditch-Spiele gibt es mittlerweile auch. Leider fehlt der Besen. Und als mich neulich die Elli gefragt hat, meine Tochter, die ein absoluter Potterhead ist, also was ich mir wünschen würde, was ich zaubern, wenn ich den Wunsch frei hätte, etwas zaubern zu können oder eine Zaubereigenschaft zu besitzen, was ich denn gerne hätte, lernen würde. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ja, Besen fliegen, ist ja klar. Ja, und dann haben wir den Test gemacht. Was für ein Haus ich bin, also in was für ein Harry Potter Haus ich bin, da hat sie mich ziemlich lange ausgefragt. Und ich bin eine Ravenclaw. Das sind die, blauen. So, ihr dürft mir gerne eure Häuser drunter schreiben. Finde ich sehr süß. Es gibt viele Gryffindors, ich weiß, die sind ganz stolz, dass sie Gryffindor sind. Ich bin Ravenclaw, bin aber auch stolz drauf. Finde ich auch schön. Also, ich wäre wahrscheinlich kein Harry Potter, aber ich wäre bestimmt irgendwie eine gute Zauberin. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Und ja, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse. Natürlich während der Fachbesuchertage, ich weiß nicht, ist von euch jemand zufällig auf der Frankfurter Buchmesse. Würde mich schon interessieren, beziehungsweise fährt jemand von euch, war jemand schon mal von euch da? Wahrscheinlich seid ihr an den Wochenenden dort, wenn Publikumstage sind. Ich bin immer auf der Frankfurter Buchmesse während der Fachbesuchertage, also in dieser Branche arbeite und auch meine Termine dort habe. Also, ich treffe mich dann mit den Lektoren meiner Verlage. Das ist immer ganz schön, weil wir uns eigentlich sonst nicht kennen. Wir arbeiten das ganze Jahr zusammen, sehen uns aber nicht. Und da gibt es immer ganz viel zu besprechen und neue Ideen. Und es ist einfach schön, wenn man die Menschen, mit denen man zusammen arbeitet, die einem so viel Freude bescheren, das ganze Jahr über mit tollen Projekten, wenn man die dann sieht. Und ich bin eingeladen worden vom Carlsen Verlag zu dieser 20 Jahre Harry Potter Party. Ich freue mich auch schon sehr und ich glaube, ich gehe hin. Ich weiß jetzt nicht, ob von euch jemand, sind die Illustratoren dabei, ist jemand von euch dabei? Das wäre sehr nett, wenn ihr es mir drunter schreibt, wann ihr genau da seid. Also, ich werde wahrscheinlich Mittwochabend und Donnerstagnachmittag dort sein. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht bis zum Abend, weil ich kein Zimmer gebucht habe für Donnerstagabend, sondern nur Mittwochabend. Also, mal gucken, wie ich das mache. Also, wie gesagt, wenn jemand von euch irgendwie zufällig auf die Frankfurter Buchmesse kommt, bitte gerne drunter schreiben. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Gold. Ihr seht hier, ich habe mir bereits für den goldenen Schnatz ja so eine Vorzeichnung geleistet, so nach meinem Gutdünken. Der Schnatz, den ihr hier seht, der gehört meiner Tochter. Den habe ich mir jetzt ganz schnell stibitzt aus ihrem Zimmer. Ich werde ihn aber nicht abzeichnen. Ich habe ihn hier nur als Vorlage. Ich habe mehrere Fotos, die viel größer sind, weil dieser Schnatz, den ich jetzt gerade abzeichne, da sieht man einfach mehr. Und bei diesem kleinen hier bin ich mir nicht sicher, dass ich das so gut bekomme, aber ich komme mir beide an. Auf jeden Fall seht ihr hier, der ist golden. Die Flügel sind aber natürlich anders. Die habe ich nicht abgezeichnet. Ich wollte die Originalflügel. Die sind hier dünn und hier geht es auch seitlich so. Aber das machen wir nachher. Erstmal zeichnen wir das oder malen das aus. Was ist wichtig an Gold? Wie zeichnet man Gold? Also Gold ist auf jeden Fall gelb. Und Gold ist ein Glanz, also ein Metall. Das heißt, man muss beim Zeichnen von Gold ganz toll aufpassen, dass man nichts zumalt. Gold bedeutet, dass man viele Glanzstellen lässt, damit es golden wirkt. Und weil ich jetzt nicht hier den Glanz, also praktisch so irgendwelche Sternchen oder so zeichnen kann, muss ich das aussparen. Und das zeige ich euch, wie ich das am liebsten mache. Also auf jeden Fall habe ich hier drei Orangetöne, beziehungsweise ja, drei Orangetöne und einen Gelbton. Ich kann mir vorstellen, dass wir da nicht sehr viel mehr brauchen. Ich habe aber vorsichtshalber so ein Beige-Braun und auch Schwarz. Warum Schwarz? Weil Gold gerade durch das Schwarz in den Schatten zeigt, dass es glänzt. Ich zeige es euch jetzt bald. Zum Beispiel brauchen wir, müssen wir das hier richtig schön abdunkeln. Und hier, wo zum Beispiel diese reliefartigen Linien, also diese Schmuckelemente zusammenkommen, da ist es ganz typisch für Schwarz, äh, für Gold, dass es da schwarz wird, dass es da irgendwie ein bisschen verschmutzt wirkt. Und da, wo es glänzt, müssen wir ganz viel aussparen. Also hier zum Beispiel bleibt es sehr hell, mit so schönen Glanzstellen. Früher als Studentin und so weiter, als ich sehr mochte, war Gold zeichnen, weil ich mir das als Kind unglaublich schwer vorgestellt habe. und später habe ich einfach den, ja, herausbekommen, dass das überhaupt gar nicht so schwer ist, sondern man muss einfach sehr viel abwechseln. Man darf das nicht jetzt wie bei einem ganz normalen, zum Beispiel Plastikball, einfach rot ausmalen und nur da, wo Licht und Schatten ist, ein bisschen Licht und Schatten machen, sondern man muss immer wieder das Gold hier so aussparen. Und den Glanz. Weil wir eben 20 Jahre Harry Potter feiern, möchte ich schon ein bisschen auch eine Vorbereitung machen auf die neuen Sachen, die jetzt kommen, also diese Fantastic Beasts, beziehungsweise kommt jetzt der zweite Film, das ist irgendwas mit, wie heißt das nochmal, Gründelwald? Also meine Tochter, wenn die zuschaut, dann weiß sie bestimmt ganz genau, wo ich was falsch gesagt habe. So ihr Lieben, dann machen wir weiter. Irgendwie wurde meine Kamera ausgeschaltet und jetzt bin ich total weg, weil ich musste einiges bereinigen. Ich hatte wohl noch zu viele alte Videos drauf. So, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit unserem Schnatz und mit unserem Gold. Und ich habe hier das Orange und versuche, da, wo wir einen Schatten haben, das auch richtig, möglichst schattig zu machen, beim Gold hier. Und da, wo der Glanz ist, müssen wir es natürlich weiß lassen. Also ich hätte hier mehr Braun nehmen können, habe mich aber nicht getraut und ich habe mir nur diese Stifte jetzt rausgeholt, wo ich gedacht habe, die werde ich auch brauchen, damit ich die Nummern hinterher aufschreibe. Und jetzt fehlen mir ein paar Stifte. Und hier, wo wir dieses Reliefartige haben, dann malen wir das auch so ein bisschen aus. Was wichtig ist, ist, dass diese feinen Linien hier, also die Relieflinien, auch schön zu sehen sind. Also die Kontur des Schnatzes hier ist schon wichtig. Wir haben uns ja am Anfang gut geholfen mit einer Schablone. Das heißt, man kann ruhig darauf vertrauen, dass wir einen superschönen Kreis hier gemacht haben. Und das darf man da ein bisschen betonen. Hier drunter kommt natürlich auch Glanz, auch teilweise dunkler. Der hat ja so Spitzen. Ich möchte hier, wo dieses Reliefartige ist, nochmal das Ganze hier ausmalen. Also der Schnatz, den ich habe, ist sehr golden. Ich habe hier ein schönes Foto und auch das, was ihr vor euch seht. Also da ist schon sehr viel Kontrast einfach da. So, und dann möchte ich hier auch alles golden machen, natürlich, mit Verlauf. Und zwar ein Verlauf, der mir gefällt. Klar sind die Flügel aus Gold, beide. Und dann malen wir das hier einfach aus. Also ein bisschen so mit Verlauf. Immer schön spielerisch, nicht zu langweilig machen und schon jedes einzelne für sich. Danach kann man ja ruhig mit Goldgelb reingehen. Dann nehme ich jetzt das helle Gelb, um euch zu zeigen, was ich meine. Hier oben ausmalen. Hier unten kann man ein bisschen Glanz lassen, hier und da. Einfach, damit man dieses Gold sehen kann. Jetzt gehen wir hier ebenso mit dem Gelb rein und machen so ein bisschen diese Schattierung und lassen aber in der Mitte diesen Glanz. Also hier muss der Flügel sich davon abtrennen, dass es da ins Papier so reinläuft. Und hier oben muss man so ein bisschen mehr ausarbeiten. Damit man richtig schön sieht, wo das Ganze so beginnt. Jetzt mit einem zerbrochenen Stift ist das ein bisschen doof. Aber die eine Spitze ist noch spitz. Also sehr viel gibt es nicht mehr. Gold ist Gold. Ich wollte es jetzt auch nicht in die absolute Länge erziehen. Natürlich kann man das noch genauer ausarbeiten und noch genauer machen. Aber ich meine, wir haben jetzt einen goldenen Schnatz und der sieht gar nicht so schlimm und so schnell aus. Und wie gesagt, ich wollte einfach mal etwas für Harry Potter zeichnen. Es ist 20 Jahre her, dass ich dabei war, mehr oder weniger. Alle, die danach geboren sind, glaube ich schon, dass sie gerne live dabei gewesen wären, als die Buchhandlungen aufgemacht haben. Und es war morgens um acht und eine Schlange davor war. Ich glaube, das gab es nie wieder für irgendein Buch. Oder vorher. Das kenne ich gar nicht. Da war Harry Potter einfach der absolute rekordverdächtige Held, Protagonist. Das war einmalig. So wie die Kinder davor standen. Ich nicht. Wie gesagt, ich habe studiert und hatte anderes im Kopf. Aber ich habe dann das Buch ausgeliehen bekommen zum Lesen. Ich habe es nicht gekauft. Aber wir haben es später auch geschenkt bekommen hier. Also jeder musste irgendwie irgendwann mal das Buch von Harry Potter haben. und dann hatte ich es auch zu Hause mal. Und dann weiter verschenkt und so weiter. Also bis es jeder mal gelesen hat. So ihr Lieben. Also Glanz hin und her. Schatten hin und her. Das ist mein Schnatz. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Vielleicht wollt ihr ja mitmachen. Jetzt zeichnet was Schönes für Harry Potter. Machen wir das so richtig. Zelebrieren wir das. Denn der Herbst kommt und es ist recht schön, wenn man da ein bisschen was ja auch in die Richtung macht und das fördert. Also ich freue mich schon. Und ansonsten ganz liebe Grüße. Ich werde schauen, welche Nummern meine Stifte haben und werde sie euch dann aufschreiben. Ansonsten bis demnächst. Eure Deni. Tschüss.